hallo liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu cuphatch ich bin pixelplayer jack und wir gehen in dieses run and gun level hier wieder in perilous pierce machen wir uns mal an die treffende so nicht oh nein perifisch Ah, Mist. Dann gehen wir jetzt einfach so weg. Oh, oh. Ja. Perryfish. Ah, nein. Kommen wir nicht einfach so rüber. Oh Gott. Hallo, Mr. Crabman. Okay, ähm, einfach draufbleiben. Mist. Ärgerlich. Nochmal. Wir machen einfach wieder einen auf den hier. Dann ist das, glaube ich, auch besser. Haben wir zwar nicht so eine Reichweite, aber wir treffen den einen oder anderen auch mal. Ja. Oh Gott, oh Gott. So. Weg, 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 weg. Und ein Perryfish. Oh, oh. Oh Gott. Ja. Aber es ist hin. So. Drüber. Oh, wir haben die Münze nicht gekriegt. Ich bin zurück. So, wir gehen nochmal zurück. Oh, jetzt kommen die wieder. So. Dankeschön. Perryfish. Weiter, 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 weiter. Derbygleich kommt. Rüber. Oh Gott. Oh Gott. Tschüss. Mach du los. Was? Zum. Oh Gott. Kannst du das machen? Oh Gott, oh Gott. Oh, der trifft uns mit dem Mist. Was? Nicht ohne. Verschwinde doch endlich. So, hier den kleinen mal eben weg. Wir haben nur noch einen Trefferpunkt. Oh Gott. Oh. Ich wusste, wo hätten wir hingesollt. Das war ja mies. Das war echt gemein. Ich hatte keine Ahnung gehabt, wo wir hingesollt hätten. Perryfish. So. 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 Perryfish. Ja. Wir wollen ja nicht unbedingt betroffen werden, wenn es nicht löte wird. Also eigentlich wie immer. So. Diesmal kriegen wir die Olle-Münze. Ja. Oh, rüber. So. Komm her, du kleiner. Oh, nein. Aufpassen. Wow. Oh, rüber. Oh, du. Ist das wirklich er, der uns trübt? Oder? Wow. So ein Mist. Oh, da ist eine Münze drin. Okay. Die hatte ich vorhin gar nicht gesehen. Wir sind da einfach nur so rein. So. Rüber. 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 Oh. Ich. Nein, ich weiß nicht. Ich. Oh, Gott. Wir müssen den immer weiter parryen. Puh. Uah. Okay. Das ist echt ein... ... ... ... ... ... Das war ja unnötig. Oh, komm zurück. Krabbe. Oh, lauf, 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 lauf. Parryfish. Machen wir das mal nicht. Toll. Super. Oh. Nein, du triffst uns diesmal nicht. Ja. Äh, drüberspringen. Ja, oh Gott. Mach da eine komische Blitze. Aber, ja, verschwinde auch wieder. Ja, weg hier, komm. Das den kaputt machen. Ich will nicht, dass du... ... weg. So. Rüber. Rüber. So. Rüber. 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 Zack. Achso, wir können da drauf mitfahren. Und ihm immer einen mitgeben. Oh, Gott. Oh. Oh, Gott. Das war... ... 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 den kaputt machen. So der ist auch weg. Ne, auf den Parryfish verzichten wir diesmal. Oh nein, in den anderen. Und dann da rüber. Weg mit euch, die komischen Seesterne. Rück. Hier drauf. Rüberspringen. Den mal mitgeben, da rüber, da rüber. Sehr schön. Läuft bisher, mehr oder minder. So. Darüber. 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 Fakt. Einen mitgegeben. Oh, wir müssen das auch machen. Fällt mir gerade auf. Oh Gott, das war... Nein! Das ist doch nicht wahr. Okay, eine Münze haben wir nicht bekommen. Ich will nur überleben. Ich will nur überleben. Bitte lass mich leben. Oh. Nein, wir sind runter. Da war das Ende. Oh. Wieder runter gefallen. So ein Mist. So ein fieser Mist. Oh. Parryfish. Mal mit den weg. Oh, komm her. Ja. Die ist doch kaputt. Oh. Der Fisch. Oh, das war knapp. Komisch ein Dinger, die da immer rumlaufen. So. Den jetzt einfach so kaputt machen. Hm. Ja. Ja. Digga. Parryfish nehmen wir auch nicht mit. Und der nächste gleich wieder. Oh, super. Und trifft auch noch wieder. Ne. Da hab ich keinen Bock drauf. Oh nein. Oh, selbst der Parryfish trifft. So ein Witz. Toll. Dann geh doch einfach kaputt, mein Freund. Oh. Wer ist weg? Oh Gott. Nein. Nein. Das war natürlich mal kein Parryfish. So. Ein mieser Fischer. So. Parry. Oh Gott. Kein Parryfish. Rüber. Und darüber. So. Jetzt sind wir wenigstens. Oh. Oh. Wieder auf Kurs. Zack. Puttern. Oh Gott. Und zurück. Ja komm. Mach den komischen Blitzer. Darüber. Zack. Bang. Zack. Wow. Das war knapp. Weg mit dir. So. Wir haben immer noch drei Trefferpunkte. Wir haben immer noch drei Trefferpunkte. Oh. So. Oh Gott. Diesmal nehmen wir die Münze mit. Nein! Wir haben nur noch drei Trefferhund. Wir haben doch drauf geschossen. Was zum Geier. Gott, oh Gott, oh Gott. Das Schlimme ist ja, das wird dadurch nicht einfacher. Es wird gleich die ganze Folge aus einem Run-and-Gun-Level bestehen. So. Weil bei dem Spiel hier ist es einfach so, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also das Spiel, bestraf dich dafür, wenn du es nicht wagst. Ja, da rüber. Geh kaputt. Dann ist es Zeit für dich. So. Das bestraft dich nicht ordentlich dafür, wenn du es nicht wagst. Du kannst nämlich kein Stück weiter. So. Leider mitgegeben. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm mal drauf, dass du... Dass du den Kraken immer einen mitgeben musst. Damit... Damit... Oh nein. Damit... Damit der Kraken den Weg frei macht. Bravo. Oh, herrlich. Mann. Eine Minute 45, ja. Verwegen. Brand new record. So, haben wir das auch geschafft. Nicht viele Münzen eingesammelt, aber, äh, ist egal. Na. Oh doch, wir haben alle? Cool. Ich kann nicht mitbekommen, dass wir alle bekommen haben. So, und dann schlage ich vor, gehen wir hier rein. Und zwar in Carla Maria, in High Seas, High Jinx. Okay. Oh, wir haben alle... Oh, wir haben alle... Oh, wir haben alle... Hallo. Nee, wir bleiben. Oh, oh. Oh, oh. 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 Äh, äh, Gott. Was... Was... Was kann das Pferd? Ja, toll. Hallo. Okay, es hat uns keine HP abgezogen, das Pferd. Oh, Gott. Was kannst du jetzt wieder? Uah. Na. Ja, hoch. Oh, na. Oh, oh. Kugelfische. Ja, den einen hätten wir parryen können. Oh, Gott. Den wieder. Ja. Nein, geh weg. Ins Gesicht, Mann. So. Dummes Pferd. Oh, Gott. Was... Was... Oh, die arme... Frau. Was zum... Äh... Äh... Bewegen. Oh, Gott. Oh, nee. Oh, da konnte ich nichts machen. Oh, Gott. Oh, Mann. Hier, die hat den Kopf verloren. Nein, beweg dich. Oh, Gott. Äh. Oh. Nein. Beweg dich. Äh. Ich glaube, ich darf das nicht berühren. Oh, nein, nein. Oh, Gott. Wie weit? Wie weit? Beim ersten Mal fast bis zum Ende, Leute. So, das kriegen wir auch besser hin. So. Kommt wieder das olle Pferd. Oh, nein, du drückst uns da nicht rein in dieses Elektro... Keine Ahnung, was es ist. Oh, nein. Oh, nein. Oh, oh, die Kugelfische. Die Kugelfische. Einen mitgegeben. Noch einen. Oh. Oh. Gott, oh, Gott. Was ist das denn jetzt schon wieder für eine komische Fischkanone? So, in der Phase finde ich es gar... Oh. 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 Finde ich es noch gar nicht so schlimm, wenn wir nicht beigehen und... So, jetzt kann die mehr. Jetzt geben wir ihnen einen mit. So. So. Oh, oh. Ja. Kommst du, kommst du, kommst du, kommst du. Bewege dich. So. Machen wir Fischfilet draus. So, wir haben noch alle Trefferpunkte. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Bewege dich. Oh, Mist. Da unten rein. Oh, Gott. Knockout. Ey, wir haben es echt geschafft. Das ging wirklich mal schnell. Sehr cool. Puh. Das ging wirklich sehr, sehr schnell. Das ist echt cool. Freut mich riesig. Und wir haben den Seelenvertrag von Carla Maria. Sehr, sehr schön. Lass uns hier doch nochmal schauen. Wir haben ja jetzt auch wieder fünf Münzen. Können wir hier oben links sehen. Wir gehen mal in den Shop und schauen mal nach, was es da noch peines für uns gibt. Willkommen. Ich bin mal wieder gleich angeschrien. Nehmen wir den doch mal. Ja, oh, goodbye Schweinchen. Porcupik ist auch wieder mal am Start. Oder auch Schweinchen dick genannt. Wie auch immer. Wollen wir mal wieder hier lang. Hier hätten wir jetzt das Theater. Ja, und das ist auch offensichtlich das Letzte, was hier übrig ist. Nur noch das Theater vorhanden. Aber wisst ihr was? Schon gut was geschafft. War es die Folge heute ein bisschen kürzer. Aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Kaffee. Ciao. Bis zum nächsten Mal bei Kaffee.